Herzlich Willkommen, ihr GalapoTurtles und TurtleTubes. Ich habe, oh, der Link, ein USB-7er-Port, USB-Hub 2.0. Was ist das? Ein USB-Hub mit USB-Easy-Install. Dann machen wir das Ganze doch mal auf. Dann haben wir Klopapier sogar eingepackt in einer tollen Hülle. Das würde sich nächstes Mal doch lohnen auf dem Klo. Dann haben wir, dazu kommen wir später, das heilige Teil, ein USB-Kabel, ein Netzadapter, eine Verpackung und ein USB-7er-Hub mit hinten Strom und USB. Kauft es euch oder kauft es euch nicht. Viel Spaß!